Medizinisches Prüfungswissen in fünf Minuten. Unser magisches Prüfungsbuch benötigen wir nicht, da wir uns immer noch in der Rubrik der affektiven Störungen bewegen. Heute das Unterkapitel Ketamintherapie bei Depression. Ein sehr spannendes und auch ein wenig brisantes Thema in der wissenschaftlichen Diskussion. Also, alle sind wieder angeschnallt und ich sage, die Uhr läuft. Antidepressiva zeigen bei einem Drittel aller Patienten mit Depressionen eine nur unzureichende Wirkung. Unsere überraschen da, dass es einen Wirkstoff gibt, Ketamin genannt, der die depressiven Symptome zum Teil innerhalb weniger Stunden zu lindern vermag. Ketamin ist keine neu entdeckte Substanz. Es wird schon seit Jahrzehnten als Narkosemittel mit zugleich energetischer Wirkung eingesetzt. Pharmakologisch ist es ein Gegenspieler des Neurotransmitters Glutamat, dem wichtigsten erregenden Botenstoff im zentralen Nervensystem. Genau genommen blockiert Ketamin einen spezifischen Glutamatrezeptor, den NMDA-Rezeptor. Durch diese Blockade kann sich die erregende Wirkung des Glutamats nicht entfalten. Im Umkehrschluss wurde deshalb postuliert, dass zu viel Glutamataktivität mit Depressionen zusammenhängt. In Dosen, die deutlich unter jenen liegen, die zum Beispiel in der Anästhesie eingesetzt werden, hat Ketamin mittels Infusion verabreicht in den letzten Jahren in Studien zum Teil frappierende Ergebnisse bei depressiven Patienten erzielt. Insbesondere die rasche Wirkung, zum Teil innerhalb von 24 Stunden, stellt in der Behandlung der Depression ein Novum dar. Herkömmliche Antidepressiva wirken nämlich erst nach ein bis drei Wochen. Zudem entfaltet Ketamin eine signifikante antisuizidale Wirkung, was dem Einsatz einer Klinik im Sinn einer raschen Entlastung zugute kommt. Mittlerweile geht man davon aus, dass viele der positiven Effekte von Ketamin, übrigens ähnlich wie bei den bewährten Antidepressiva auch, wenn auch auf anderem Wege, mit der Ausschüttung des Nervenwachstumsfaktors BDNF und einer dadurch ausgelösten Nervenzell- und Synapsenbildung assoziiert sind. So konnte mikroskopisch nachgewiesen werden, dass es bereits 24 Stunden nach Vitamingabe zu einer Zunahme der Dichte an Nervenzellfortsetzen im präfrontalen Kortex kommt, ein Bereich, der sich im Rahmen der Depression häufig minder aktiv zeigt. Die molekularen Mechanismen, die dahinter stehen, konnten zum Teil entschlüsselt werden. Am Anfang steht die Blockade des NMDA-Rezeptors. Das folgende Schaubild zeigt die dann folgenden Prozesse, die über verschiedene Mechanismen zur verstärkten Aktivierung des Nervenwachstumsfaktors BDNF in der Zelle führen. Darüber hinaus wird die Tyrosin-Kinase B aktiviert, deren Beeinflussung weiterer Enzyme am Ende in eine Förderung der Synaptogenese mündet. Das heißt, durch Ketamin wird die Aktivierung und Ausschüttung von BDNF erhöht und die Synapsen, aber auch Nervenzellbildung gefördert. Das Gehirn steigert seine Plastizität. Doch nicht genug damit. Eine neue Studie geht davon aus, dass Ketamin die Habinula, ein Kerngebiet im Zwischenhirn, hemmt. Weshalb ist das wichtig? Neurone der Habinula hemmen Dopamin-Neurone des Belohnungssystems. Ketamin hebt diese Wirkung auf und fördert so die Aktivierung des Belohnungssystems. Ein wirklich spannendes Modell. Noch ein Wort zur Verabreichung. Ketamin wird mittlerweile auch als nasale Applikation weiterentwickelt und zeigt ja auch hier in Studien positive Ergebnisse. Okay, doch bei aller Euphorie bezüglich der Wirksamkeit sollten trotzdem folgende Aspekte berücksichtigt werden. Erstens, ja, es gibt Patienten, die sehr gut ansprechen, insbesondere solche mit einer chronischen oder therapieresistenten Depression. Umgekehrt muss jedoch auch festgehalten werden, dass eine Ketamin-Therapie keine Wunder vollbringen kann. Erfahrungsberichte von Kliniken, die regelmäßig Ketamin-Infusionen verabreichen, zeigen, dass die Ketamin-Infusionen bei über 50 Prozent der Patienten schnelle Erfolge bereits nach ein bis zwei Infusionen zeigen. Langfristige Erfolge stellen sich dagegen wesentlich seltener ein. Das Zahlenmaterial ist hier sehr unsicher. Schätzungen gehen von etwa 20 Prozent aus. Die Nebenwirkungen müssen ebenfalls bedacht werden. Kurzzeitige, nämlich dissoziative Störungen, Angststörungen, Blutdruckanstieg, Schwindelübelkeit, das gilt es ebenfalls zu berücksichtigen. Doch, aber, ganz wichtig, eine Frage ist noch nicht geklärt, nämlich die Frage nach einer möglichen Abhängigkeit durch wiederholte Getamin-Gaben. In einer aktuellen Arbeit wurden die antidepressiven Effekte von Getamin mit einem Opiat-Antagonisten. Oh, das Licht ist aus. Ah, Sie kennen das schon. Aber nur noch ein paar Sekunden. Also, durch einen Opiat-Antagonisten wurde die Wirkung aufgehoben. Dies zeigt, dass sich der Getamin-Effekt wohl auch über Opiat-Rezeptoren entfalten muss. Diese Befunde speisen die Befürchtung, Getamin könnte langfristig abhängigkeitsmachende Effekte entfalten. Also, alles Wichtige ist gesagt. Hat das Video Ihnen gefallen? Wenn ja, lassen Sie uns einen Daumen da und einen positiven Kommentar. Und Sie möchten abonnieren? Kein Problem. Hier oben.